Sie hören den Artikel Neues vom Wichser aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 26. April 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Neues vom Wichser ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2007 und die Fortsetzung des Films der Wichser aus dem Jahr 2004. Die Komödie parodiert die Edgar-Wallace-Verfilmungen der 1950er und 1960er. Davon zeugt auch der Untertitel nach immer noch keinem Roman von Edgar Wallace. Am Ende des Films wird die Fortsetzung Triple Vicks angekündigt. Handlung Die Scotland Yard-Ermittler Inspector Very Long und Stiefinspektor Even Longer sind auf der Spur des neuen Wichsers. Eines seiner ersten Opfer wird Rather Short, den die Inspektoren am Ende des ersten Teils als Wichser enttarnt hatten. Sie finden ihn in einem offenen Grab auf einem Friedhof durch Bord von Pfeilen. Long und Longer müssen nun den Mord an Victoria Dickham verhindern, die neben Very Long auf der Todesliste des Wichsers auftaucht. Der Wichser droht an, dass alle Personen innerhalb von 24 Stunden umgebracht werden sollen. Einen ersten Anstreng des Wichsers auf das Büro von Sir John überleben die Polizisten nur mit viel Glück. Zusätzliche Brisanz schafft die Tatsache, dass Longer heimlich in Victoria Dickham verliebt ist und ihren Vater Lord David Dickham, den ehemaligen Scotland Yard-Chef, nicht enttäuschen will, denn der hegt schon vom ersten Blick auf Longer eine Abneigung gegen ihn. Auch Even Longers Bruder, der unfähige, aber gut aussehende Privatdetektiv und Tanzlehrer Matsch Longer, mischt sich in die Ermittlungen ein. Long und Longer verfolgen eine Spur im Kloster St. Fukuhila und befragen Schwester Lucifer, die mehr zu wissen scheint, als sie den Ermittlern offenbart. Die Spur scheint zu dem verrückten Chuckie Noyes in die psychiatrische Klinik Bates Hospital zu führen, die vom ehemaligen Butler Alphonse Hedler geführt wird. In einem Haus, in dem Very Long nach Beweisen sucht, begegnet er dem Wichser. Die beiden liefern sich einen Kampf und Long schießt seinen Gegner in die linke Schulter. Even Longer kehrt zur Klinik zurück und entdeckt, dass Chuckie Noyes nicht dort ist. Daraufhin wird er niedergeschlagen. Er soll in einer Badewanne sterben. Hedler rettet ihn und gibt ihm den Tipp, sich in einem Club umzuschauen. Longer wirft Long vor, nicht mehr objektiv zu sein, doch sie raufen sich zusammen und betreten den Club. Dort finden sie die Signatur vom Wichser und kehren erneut in die Klinik zurück. Chuckie Noyes versucht Victoria und Longer umzubringen, doch der Anschlag schlägt fehl und er stirbt im Moor. Victoria wird vom Wichser entführt. Es stellt sich heraus, dass der Wichser mit einer Bombe die gesamte englische Königsfamilie umbringen will. In letzter Sekunde können Long und Longer die Bombe entschärfen. Sie nehmen dem Wichser die Maske ab und enttarnen Schwester Lucifer, doch sie stellt sich nur als Komplizin des echten Wichsers heraus. In Wahrheit verbirgt sich Victoria hinter dem Wichser. Lucifer hat geholfen, da sie die Mutter von Victoria ist. Victoria schießt auf ihren Vater, als dieser versucht Long und Longer die Wahrheit zu sagen. Es stellt sich heraus, dass Victoria die Königsfamilie töten will, um selbst Königin zu werden. Sie schießt auf Longer, weil der sie nicht bei ihren Plänen unterstützen will, doch Long wirft sich dazwischen und wird getroffen. Eine Nonne im Kloster stellt sich als Inge Lenzen, Beschützerin des Bräutigams, heraus und schießt auf Victoria. Lord Dickhem und Long überleben durch einen alten Jartrick. Victoria wird in Headlers Klinik eingeliefert und Long und Longer versöhnen sich. Produktion Der Film wurde vom 26. April bis 22. Juni 2006 in Prag und Umgebung gedreht. Mit Ingrid van Bergen, Chris Howland, Wolfgang Völz und Joachim Fuchsberger wirken vier Schauspieler mit, die bereits in den Edgar-Wallace-Filmen mitgespielt haben. Für Fuchsberger war der Film der erste Kinofilm nach 33 Jahren Abstinenz von der großen Leinwand. Das Budget des Films betrug 5,5 Millionen Euro. Musik Der Titelsong des Films ist Ghost-Faced Killer, neues vom Vixxer-Remix von The Dead Sixties. Im Film findet sich mit dem Titel NW5 ein neues Stück der Band Madness. Im Abspann des Films läuft ein neues Video zu It Must Be Love, in dem neben Darstellern des Films auch einige Madness-Mitglieder zu sehen sind. Bereits im Vorgängerfilm Der Vixxer fand ein Madness-Stück Verwendung. The Wizard vom 1999 erschienenen Madness-Album Wonderful. Aus rechtlichen Gründen musste man jedoch auf eine von Right Set Threat eingespielte Cover-Version des Titels zurückgreifen. Das Madness-Original von The Wizard findet sich nun nachträglich als Bonus auf dem Soundtrack-Album zu Neues vom Vixxer. Trivia Der Name Chucky Norris ist eine Anspielung auf Chuck Norris, Chucky die Mörderpuppe und den Erzfeind der drei Fragezeichen Skinny Norris. Eine weitere Anspielung zu den drei Fragezeichen ist die Visitenkarte von Madsch-Longer, auf der zu lesen ist Erster Detektiv Madsch-Longer, Zweiter Detektiv Madsch-Longer, Recherche und Archiv Madsch-Longer. Der Sohn von Dr. Brinkman heißt Blackie, dies ist ebenfalls der Spitzname von Joachim Fuchsberger. Inge Lenzen, die Agentin, spielt auf den Anwalt Ingo Lenzen an. Alphons Hedler spielt während des Films mehrmals auf Handlungen oder Charaktereigenschaften an, die auf Adolf Hitler zutreffen. Veröffentlichung Der Film kam am 11. März 2007 in die deutschsprachigen Kinos. Zwischen dem 15. und dem 25. März waren die Hauptdarsteller Bastian Pasefka und Oliver Kalkofe sowie teilweise auch Christiane Paul und Oliver Welke bundesweit auf einer Kinotour in einigen deutschen Kinos. Dort beantworteten sie nach dem Film Fragen der Zuschauer mit ein paar Comedy-Einlagen, gefolgt von Autogrammstunden. Am 23. März 2007 hatte der Film Premiere in Österreich. In Deutschland wurden 2007 rund 880.000 Zuschauer gezählt. In Österreich konnten rund 40.000 Besucher erzielt werden. Kritiken Josef Engels zeigt sich in der Zeitung Die Welt vom 14. März 2007 positiv überrascht. Er lobt den Film als seriöses Unternehmen und die Scherze als peinlich genau überdacht und gut inszeniert. Er zieht das Fazit Neues vom Wichser ist trotz einiger Anlaufschwierigkeiten ein saukomischer Film, der sich hinter internationalen Erzeugnissen, wie etwa der Gebrüder Zucker, nicht zu verstecken braucht. Die Komödie widmet sich seiner Meinung nach der Bewältigung der Vergangenheit. Für den Filmdienst ist Neues vom Wichser, ein erfrischender Kinospaß mit Liebe zur Hommage und großem Hang zur Selbstironie inszeniert und gut gespielt. Auch wenn der Film nicht ganz die Qualität des ersten Teils erreiche, unterhält er aber immer noch dank einiger absurder Übersteigerung. Und weiter Im Idealfall geht es dem zweiten Teil der wohl immer noch nicht ausgeschöpften Wichserei wie seinem Vorgänger. Er reift mit der Zeit wie ein guter Wein. Ein Umstand, der diesen Kinoreigen deutscher Fernsehprominenz wohltuend von Vorgängern wie den Supernasen unterscheidet, denen auch die Jahre nichts von ihrer Geschmacklosigkeit genommen haben. Auszeichnungen 2007 DVD-Champion für den besten deutschen Film Der Artikel Neues vom Wichser wurde von Frederik Lippe mit dem Benutzernamen FredProduction am 26. April 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by strich s a slash 3.0 slash deed .de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash Neues vom Wichser Auf Wiedersehen Wie wird die 한 Er hat man seine und